Yo, was geht? Wir zocken wieder eine Runde Battlefield 3 auf der Map Operation Firestorm mit dem Leon, dem Jan und dem Magnus. Gude. Oh, Gude. Und ich steuern erstmal. Jan? Jan ist weg. Ach, Mann. Alter, was ist das für eine creepy Lache? Das ist meine, du kennst mich doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Brauchst Hilfe. Meine Mama braucht Hilfe. Oh, verdammt, wer hat dich geholt? Keiner. Keiner. Oh, da hat noch einer. Ja, und dann fliegt die Leiche. Geil. Hey, achso, ich dachte, du wärst gerade der Typ, der gestorben ist. Achso, nein, ich hab gerade einen auf einen gezielt. Jan ist wieder weg. Ja, Mann, du bist mit mir aufgenommen. Ja, Mann, Gude. Achtung von oben. Geh dich. LOL. Oh mein Gott, den hab ich gar nicht gesehen, den Typ. Ich hab ihn getötet. Ey, ich hab einen neuen Snap von Alex. Einen Snap. Snap. Ich weiß nicht, der Held, wie der sagt, Penis in die Kamera oder so. Boah. Ja, der kack Pedo immer. Aber scheiße, wir müssen aufhören, Leute in unseren Videos zu beleidigen. Ach, fuck off. Ach, den, halt, kommt den ein Hater. Alter, ein Hater braucht jeder mindestens, weißt du so. Wir haben schon genug. Unsere ganze Community besteht aus Hatern. Fuck off, besser als nix. Besser als gar keine Community. Ja, in Unity. Boah, Triple Feet. Wir müssen uns vielleicht mal ein Intro oder sowas erstellen. Das wäre mal ganz geil, oder? Also, ja, egal. Auf jeden Fall, ich fange jetzt mal mit dem Thema an. Und das ist, wie vorhin auch schon in der vorherigen Aufnahme, wo wir eigentlich dann abgebrochen haben. Assassin's Creed 4. Was haltet ihr davon, Leute? Ja. Also, ich finde es immer, erstmal würde ich sagen, ich finde es immer noch interessant, dass der, der das Thema eröffnet, immer noch nicht das Spiel hat. Ich habe es. Ich habe, ey, komm, mein Download ist 99% vollendet. Da hast du es aber noch nicht, ne? Aber fast. Du hast es noch nicht. Jan oder Magi, wenn ihr sterbt, müsst ihr einer von euch mal Sprengen rausnehmen. Sprengen rausnehmen? Ja, jetzt haben wir zweimal Sprengen-Squad. Also, ich halte von Assassin's Creed Backpack ja verkackte KI. Eigentlich alles verkackt. Ich hatte schon sämtliche Bug, die es gibt von unsterblichen Gegnern bis unsichtbare Schiffe. Das ist doch normal. Äh, Leon, ey, das sind keine Bug's, das gehört dazu. Hallo, Leon, womit hast du überhaupt ein Problem? Ist doch voll einfach unsichtbare Schiffe zu eliminieren. Ja, tut mir leid, ich zocker zu wenig. Ich bin halt ein Hobby mit Zockern, einen bin ich nicht. Ich finde hier gerade einfach wieder mal keinen einzigen Gegner. Das war mir wieder so klar, ey. Leute. Leute. Ach, ne? Warum? Geht die Flagge, okay. Ey, kann du irgendwann noch von euch noch mal, mal gerade mal bei mir im Heli spawnen? Ja, Jan, ich spawn gleich bei dir. Da ist irgendwo ein scheiß Typ mit einem Sniper bei C. Jan, wenn du wieder respawnst, Jan, dann, oh, dann nimm mal was anderes. Es ist in der Effekt, zweimal dieselbe Sache dabei zu haben. Was spielt denn Jan? Ich hab's hier nicht reingenommen. Was spielst du, Jan? Ha? Schäme mal. Ja, ich hab Sprengungen drinne. Achso. Ich hab die schon die ganze Zeit drinne. Okay. Ja, Assassin's Creed ist runtergeladen. Toll, jetzt musst du nur noch eine halbe Stunde installieren. Ja, und? Ey, wie viel Gigabyte hat deine neue Platte jetzt an der PS3? Ich hab 320 genommen, wofür brauch ich den 500er? Ey, dann nicht. Oh, Niklas, ich lande über dir. Nik, die 500er kostet doch genauso viel. Nein, die 500er kostet doppelt so viel, du Spaß. Woher denn? Ich hab doch geguckt im Internet. 500er. Ey, Niklas, wo ist der Schütze, der dich erschossen hat? Der ist bei C, direkt an der Flagge in der Nähe, unter dem Dach. Nik, sag mir mal, wie viel hast du bezahlt für die 320er? 30. Oh, hab ich mich erschreckt, Jan, unter dir. Lol, was? Oh, ja, komm, Alter. Ja, Jan, du musst mal ein bisschen auf die Gegner smorren, das macht echt so viel Sinn. Ich hab aber keine Smor-Fact-Frage. Ja, zeig mir nicht den Heli, ich will jetzt weiterzocken. Ich glaube, ich pack wieder die Dinger rein, hab ich grad irgendwie Bock drauf. Ja, okay. Ich mach, wie ich spawne bei dir. Ich bin auch bei ihm gespawnt. Jan auch, oder? Ja, Jan auch. Ja, wir sind gerade drin, das habe ich. Alle. Dreimal. Triple Spore. Maggi hat einen Spot dabei, im Spot. Läuft doch, Maggi. Laufen ja alle zu viert rum. Wie die Geier. Oh, ja, komm, Alter. Ist irgendeiner von euch Medic? Ey, ist einer gestorben. Nee, ich bin Versorgung. Jan ist, glaube ich, gestorben, ey. Ja, durch den Scheiß, ey. Oh, Jan, tut mir sehr leid, das tut mir sehr leid. Ich glaube, es ist doch jemand. Ich werde eine Trauerfeier für dich anstalten. D-Baggen. Nein, so knapp mit dem ist Mord vorbei. Nein. Alter, wo? Du kleine Nutte. Du stirbst jetzt. Ey, wer war das gerade? Ey, ja, komm, da kommen gerade zwei rein. Ja, der hat mich auch getötet. Was ein Wichser. Leon, habe ich dir gerade eigentlich den Kill gestillt? Ja, das machst du nicht. Rausen aus dem Tank, draußen aus dem Tank. Rausen aus dem Tank. Der Tank ist down. Ist der down? Ja, ich hole mir den Schützen gerade. Ja, der Schütze ist weg. Weil ich habe den übelst angehittet gerade. Der ist hinter die Container gerannt. Ich bin, ich renne, ich renne zu ihm hin. Alter, wir haben jetzt einen Kill klaut von euch. Geh weg, geh weg. Geh weg, du Pisser. Sorry. Boah. Nein! Boah, war das schlecht, Alter. War das schlecht. Ansonsten wäre ich... Oh mein Gott, war das schlecht. Oh, dieser Scheiß. Einer von uns muss mal Medic nehmen. Ja, ich kann Medic nehmen, kein Problem. Hilfe! Magi, Achtung. Magnus, warum heute so schweigsam? Wer hat mich hier gerade reanimiert von euch? Ich? Niklas, Medic. Danke, danke, danke. Ey, ich habe gerade das Crossborn Reborn bekommen. Reborn, ne? Ey, wie ich es liebe, wenn dieser Scheiß-Defibrillator nicht funktioniert, man. Ganz ehrlich, das ist so eine Scheiße. Achtung, hinter dir. Ach, der kommt von allen Seiten. Nein! Die kommt von allen Seiten. Die kommt von allen Seiten. Da. Der eine kämpft in der Ecke. Sie sind überhaupt. Schalt ja ein paar drauf, also müsst ihr wirklich aufpassen. Ja, da... Oh, ja, komm. Ey, der hat ein Aimboard locker. Ey, wer von euch hat jetzt wieder Sprint-Scot reingetan? Das ist wieder ineffektiv. Ich habe Sprint-Squot. Ey, kann mich einer von euch daten mal bitte reanimieren? Soll ich mal was anderes? Was soll ich hier reinmachen? Schutz-Niederhaltung. Ne, was hast du nur alles frei. Ähm, Sprint-Squot, Flak, Spreng, Schutz, Niederhaltung. Mach Flak. Nieder... Flak? Ja. Ich mach Niedersprung. Ah, du Idiot, das ist nicht Skot. Das ist nicht Skot, Junge. Das ist jetzt nur für dich. Oh, stopp auf mich, Dandie. Okay, warte. Ich komm bei dir rein. Egal, hol ich mit anderen, Baby. Ne, warte, ich komm wieder runter. Ich komm wieder runter. Warum? Da passen nur zwei Leute rein. Achso. Mach mir keine Angst. Oh, okay. Hahaha. Oh mein Gott. Ich sag mir, mach mir keine Angst. Wie geil. Oh mein Gott, das war gerade richtig behindert. Scheiße, ey. Ich darf gleich noch ein Dings-Referat machen. Benni. Jan, warum schickst du mir so viel von deinem Essen? Oh. Das war krass. Gude. Ey, gute Jan. Oh, ich bin dein... Alter, dein Jan. Du trägst sehr viel Verantwortung bei dir, gell? Ey, ich... 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 Ich lasse euch alle so elende verrecken, Alter. Ich weiß nicht. Du kleine Hure, Alter. Ich mach mal irgendwo rein, Jan. Ich find das zuwitzig, wenn du fünf Leute auf einmal tötest. Das ist in irgendeinem Team. Oha, ne, man. Aber ich... Ich will gerade einfach nur mal ein bisschen... Jetzt fliegt mal ein bisschen nach vorne los. Mach mal. Tschüss. Steig aus. Ich wollte... Ich wollte von dem Jet gerannt. Achso. Wenn es nichts anderes ist... Ey, diese großen Dinger... Also Informationen halten zwei Smart-Schüsse auf. Maggi, hinter dir ist eine Drohne, die die verfolgt. Das ist aus der Information. What the fuck? Ja, jetzt sehe ich gar nicht. Ich bin langweilig. Ich bin langweilig. Wenn du auf mich kurz wartest, bin ich bei dir in der Panzertunnel. Ja, genau. Fahr zurück. Perfekt. Weiter zurück. Ah, okay. Na, ich steig aus. Ja, der fängt schon. Das ist, glaube ich, eine... Oh, jetzt ist das kaputt. Ja, da muss ich gerade hart rülpsen, Alter. Schieß jetzt einfach mal mit der RPG um mich. Oh, Alter, Mann. Scheiße, ich... Warte, warte, warte. Ich kann reanimieren. Ich kann reanimieren. Das ist das... Ich komme mal zu euch jetzt, ja, ne? Alter, diese Kack. Yes, bitch. Yes. Boah, mit der letzten Kugel getötet, den Typ. Boah, ey, ey, ey. Boah, nein. Ey, einer von euch Snitch ist Bock auf mein Heli. Äh, ne, ich bin gerade auf dem Battlefield. Eigentlich gerade sehr wenig. Eigentlich müssten wir mal alle vier zusammen mörsern. Das wäre zu witzig. Alle so auf einen so einen Platz hinspornen und dann durchgehen mörsern. Oh, Mann, ey. Immer kriege ich nur Hilfe bei Kills. Das fuckt mich langsam richtig dermaßen ab. Das nervt. Hey, da hinten steht ein Hady. Scheiße, der startet gerade. Der startet gerade. Oh, du musst trotzdem drausschießen, Magie. Ja, ich... Oh, oh mein Gott, das war ja klar. Hey, wie hat er mich denn getötet? Scheiße, Mann. Indem er auf dich geschossen hat, Jan. Nein, aber da kam dieses... Spawn bei mir, spawn bei mir. Ja, ja, ich bin ich, ich bin ich, ich soweit ich kann. WTF, ihr habt mich die Granate getötet. Hä, G6. Lol. Loll. Ja, und du hättest dich vorwarnen können, dass ich mitten ins Gefecht spawne. Ja, deshalb hab ich gesagt, spawn schnell bei mir. Komm, jetzt sag mal an Heli. Heli, spawn. Heli, spawn. Hey, gehen wir mal alle in... Ah, wir können nicht alle in den Jeep rein. Ey, doch. Das müssen wir alle möglichst viele ins Gefecht werden von uns. Ja, da hinten ist ein Heli. Ja, komm, wer... Ja, alle in den Jeep rein. Jan ist forever alone. Nimm den Heli, der da hinten war. Ich nimm den Heli, das ist doch ein viel cooleres Spielzeug als so ein Kack-Jeep. Ja, Ramin, dip ihn, dip ihn. Aber ein Heli ist doch ein viel cooleres Spielzeug als so ein Kack-Jeep. Aber in dem Jeep sitzen Freunde. Hier, ähm, schieß mal da auf das Haus. Da sind doch welche auf diesem Probau oder... Da fahr mal richtig. Hier, seht ihr den nicht? Ja, ich seh ihn, aber dann fahr mal ruhiger. Ich hab zwei Hit-Macker, Hilfe bei Kill. Cool, einer. Squad-Fahrer. Oh, lo, da ist er dann gestorben. Ey, ich hab mehr Punkte durch den Essens bekommen, als durch den eigentlichen Kill. Ihr habt mich gerade verreckt. Seht ihr den? Im Haus, im Haus. Baller druf, baller druf, baller druf. Ey, der hat mich in der Luft. Ich bin aus dem Heli geschwungen, der hat mich auch in der Luft gefühlt. Achtung, wir sind so viele... Los, Kill. Nein! Ihr werdet sterben, ihr werdet sterben. Nein! Oh. Hahaha. Wie der da oben liegt. Ach, der von Baller da so ein bisschen rein. Wie geil, der... Nein, wir müssen mal alle zu C fahren, dann lösen wir ihre gegnerische Stellung auf. Ja, Mann. Ey, jeder von uns, alle mal zweier Team Panzer nehmen. Ja, okay, komm, wir. Hier will jemand mit mir hinfliegen. Ich flieg mit. Zu spät. Oh. Alter, Trott, flieg mit. Nein! Ja, komm, ich weiß, wer das ist. Nee, komm, in mein Jeep, Nick. Dann D, komm in den Panzer rein. Ich komm in den Panzer. Aber in den Panzer von Leon. Oh, das ist für mich entschieden. Du magst ja nicht, kann ich verstehen. Ja. Hahaha. Ich wusste ganz genau, was du in dem Jeep drin sitzt, Leon. In den anderen. Nick, du bist ein Spaß. Okay, du rammst mich, Jan. Oh, du bist ein Fenner. Du rammst mich doch gerade. Hör auf mit dem Scheiß, Leon. Lass den Mist. Danke. Ja, Jan. Ey, wir fallen jetzt mal hier so eine fette Jeep, Renni. Jeep Rollei. So zur Information, ich hab die Lenkraketen. Nein! Nein! Ja, genau. Das Thema, was wir überhaupt angehittet haben, sag ich mal. Da haben wir ungefähr zwei Sekunden drüber geredet, ne? Nick, du hast... Ja, wir haben eine Niederhaltung gemacht. So nennen wir das jetzt einfach mal. Niederhaltung. Wuh! Panzerkolonne! Boah, der Spaß mit seinem... Oh, das ist Leck. Leck! Also mein Jeep lebt fast schon nicht mehr. Ich hab gleich keinen Jeep mehr, Alter. Oh, das ist ein richtig hartes Leck, Alter. Richtig hart. Gegner eliminiert. Alter, warum hab ich jetzt auf einmal so fetthartes Leck und so wenig Frames? Hab ich ne Ping von 100 Millibund? Hab ich ne Ping von... Ey, Nick, ey, bei deiner Ping steht einfach nur Euro. Ne, ich steig wieder ein, mein Panzer verliert sich von selbst. Da hinten ist ein... Ich steig mal kurz aus und hol mir den. Mann, Mann, Mann. Der rennt weg. Steht bei meiner Ping echt Error? Renner, hab ich mir geholt. Jan, warte mal, Jan, warte mal. Wär voll lustig. Ja, wie bist du gestorben dann, D? Ich hab leider keinen... Ich wurde auch geschossen und ich hab leider keine Möglichkeit... Jan, ich bleib mal kurz stehen, Jan. Alter, da ist schon einer im Panzer mit dir. Ja, der Maggi, die Sau. Ich bin grad mal rausgestiegen, weil der... Äh, ausgestiegen. Ich glaub, das liegt an Fraz. Fuck. Nein, ich hab kein... Oh, ich bin kein Pionier. Ich kann mein Panzer nicht reparieren. Ja, so Leute, an dieser Stelle mal ein kleiner Cut. Nein, nein! Warte, ich bin ein Granat. So, da sind wir wieder. Oh, Mann. Fuck, 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 lass mich doch... Ey, hier, brauch ich irgendeine Muni, ich bin... Achtung, zwei Leute... Und wenn ihr ein Leben... Nein! Nein, zwei hab ich geholt. Zwei hab ich geholt, Dion. Aber der dritte, der war zu heftig mehr. Ey, mein... Ich hab mein Battlefield nicht. Mann, das... Ja, dann stellst du lauter. Dann geh auf die Taskleiter und stell den Scheiß hoch. Niklas. Ja. Das ist noch so gut gerade. Ich hab gesehen... Ich bin gerade im Heli. Hab ich... Genau. Der eine wollte gerade in den Scheffen raus und in den Panzer abschließen. Ich hab alles gerade von der Seite getötet. Nik, dreh den Heli mal ein bisschen. Ich brauch mal ordentlich meine Ordnung. Ich brauch mal eine ordentliche Sicht auf die Scheiße unter mir. Ja, genau. Dreh dir noch ein bisschen. Dreh dir... Lieg mal um das Scheiß Haus rum. Da unten ist nämlich einer. Gut, ich hab ihn. Oh, G36 Service da. Ey, Nick. Nick, du weißt jetzt auch, wie man richtig flairfällt. Schieß mal den auf dem Haus ab. Ja, ich komm zum Kitz. Scheiße. Scheiße. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Okay, gut. Ich bin nicht raus. Alter, der hat noch kurz von Kill getötet, ey. Ich kann wenigstens halb Heli fliegen. Besser als gar nicht. Ja. Halb ist besser als... ...ein Viertel. Mach das. Ey, jetzt hat keiner mehr Dingens dabei. Ähm, Sprengen, Squad. Das mach ich jetzt wieder. Jan ist versäumt. Oh, Mann. Oh, ich bin grad bei jedem von euch spawnen. Auf einmal sterbt ihr alle weg. Ja, ich bin ich. Aber gut, ich könnte denen sich grad echt mal Hilfe gebrauchen hier unten. Ich bin hier nicht da. Ich bin... Oh. Oh, Scheiße, Mann. Hier eskaliert's grad richtig. Ey, ich brauche irgendeiner Mutti. Ihr braucht doch alle sicher Munition. Ich weiß einfach, ich schmeiß immer eine Kiste. Das ist schon mal gut. Immer eine Kiste schmeißen. Da kommt einer von der linken Seite. Da kommen zwei. Da kommt ein Panzer und ein Typ. Ich hole mir den Keim in den Typ. Okay, ich renne hoch. Ich renne hoch und versuche irgendwas... Oh, Junge. Ich hab... Das ist... Komm. Fuck, 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 fuck. Panzer Hitbacker Nummer 1. Gestorben. Ich lieg unten rum, falls mich einer wiederbeleben will. Äh, ja. So lebensmüde bin ich bestimmt. Oh, danke. Scheiße, ich hänge hier grad fest. Ach, Panzer. Wo? Wegen dir sterb ich hier noch, Leon. Ja, ich bin auch tot. Ich hab's versucht, Leon. Ich hab's versucht. Ey, Magiebrust. Fakt, ich hab... Nein, hab ich... Ja, ja, ich hab... Achtung, wir sind überall Sniper draußen und so weiter. Ich hab grad auch einen Sniper gekriegt. Oh, 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 oh. Ich... Ich bin tot. Ich leg mich jetzt erstmal hier rein. Bist du tot? Ja, ich hab... Mich haben die... Mir... Mir haben die es auch hart gegeben. Magie, lass mich durch. Das... Danke. Ey, ich bin Muni. Also, Leon... Leon, genau, Leon, du spielst mich auf. Oh, Leute, ich bin... Die ist noch echt geil, Leute. Ja, Mann. Oh, jetzt wird der Panzer zerstört. Achtung, einer Typ kommt rein. Da ist ein Typ, der... Ich bin schon... Ja, ich hab den schon erledigt. Achtung, Mike, da kommt einer rein zu dir gleich. Scheiße, da ist ein Sniper. Ey, Dion, ich will mit dem Sniper. Aufpassen, passt mal. Tschüss, ich spawn bei dir auf einmal. Dann hab ich und ich bin tot. Ach man, das ist das Problem, wenn ich nichts höre. Ja, dann mach doch dein Battlefield, lauter. Es passiert einfach nichts. Geh auf die Taskleise, auf Sound und shoot. Hab mich noch. Ähm, ach Jan. Alle, ich hab schon alles weggeräumt. Ja, ich komm mit, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich war ernst, geh jetzt. Ich bin da. Soll ich fliegen oder wie? Ja, seid ihr behindert? Ja, komm, dann lass mich die Angst fliegen, lass mich fliegen. Okay, warte, warte. Es ist, glaub ich, schon zu spät, wir sind schon in der Luft. Ja, toll, ich kann aber auch landen, ich kann aber auch landen. Ja, dann landen. Ich bin kein, ey. Okay, warte, gut. Ich bin ausgestiegen, ihr könnt jetzt, einer kann jetzt von euch fliegen. Gut, da fliegt einer von euch. Ne, dann steig ich aus, wenn Jan fliegt. Steigt um alle ein. Ja, jetzt, Jan fliegt doch, Jan fliegt doch. Okay, scheiße. Nein! Lande wieder. Nein! 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 Der ist nicht eingestiegen. Nein! Fick nicht, man, ich konnte nicht einsteigen. Hier, ähm, Jan, Jan, fliegt mal runter zum Stützpunkt A. Dann nicht. Dann ruhig mir einen eigenen Heli. Weil da unten laufen die rum wie blöd. Schöne mal, dann live die gar nicht. Ja, dann wechsel mal das MG oder wechsel das MG auf die andere Seite. Ja, okay, okay. Dann de, ich leiste Gesellschaft. Ja, okay, gut, dann bleib so, bleib so. Ich bin auch schon ein bisschen ausgestiegen. Ich treff den, versuch mal so die Höhe zu halten. Ja, und da kam Facebook. Welcher fucking inkompetente Wichser hat das, hat man jetzt so Facebook geschrieben? Oh, ja. Ja, wir haben auch schon ungefähr 20 Minuten aufgenommen. Da unten ist einer. Leon, schnell, Leon, schnell. Das war unsere erste Erhobungsjünger-Runde. Oh, scheiße. Jo, Mann, voll geil. Ähm, das war's jetzt. Wir machen hier einen Cut. Verabschieden uns recht herzlich. Einmal ein Tschüss von mir und von den anderen Leuten. Keine Ahnung. Ciao, 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 ciao. Jo, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.